Der kommt nicht mehr, er nervt mich auch wieder, das ist mit diesen Brillenträgern da. Das sind die Planer. Da ist er ja. So, kannst losgehen? Sind wir ja. Ja, mit was denn? Ja, Radweg bauen. Na gut, hast du einen Plan? Ja, hier. Da ist ja gar nichts drin. Ach, das täuscht. Wie soll man jetzt anfangen? Na ja, halt einen Radweg bauen, irgendwie geradeaus oder ja da oder genau, einfach Radweg geben. Und auf der Straße, wie breit? Na ja, wir brauchen in Berlin 2030 ein Radverkehrsnetz. 2030, ein ganzes Netz. Ja genau, das heißt in den Jahren noch 2700 Kilometer, ungefähr 730 Meter am Tag. Und wie sollen wir das machen? Na ja, hiermit. Los, an die Arbeit. Zeitrager. Dann gibt's Untertitelung des ZDF, 2020